Da steht auch schon die nächste Gruppe bereit und das ist die Gruppe By Together mit Kim, Alexander und Friedrich. Und Martin und Zoe waren deren Mentor und Mentorin. Also während das hier startet, würde ich uns mal ganz kurz vorstellen, das ist Kim, Alexander und ich bin Friedrich und wir sind von By Together und deswegen stellt euch der Kim jetzt erstmal das vor. Die Idee, es ist eine Art soziales Netzwerk, wo Menschen zusammenkommen und halt sich austauschen können. Es gibt zwei Kategorien, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt einmal Einkäufer und einmal jemand, der sich was einkaufen lässt. In dem Beispiel ist es der fauler Typ, ja, an den Beschreibungen müssen wir noch arbeiten. Hier in dem Beispiel ist es so, der Einkäufer sagt dem faulen Typen, also er stellt auf den Server, ich gehe um 10 Uhr bei Fairmarkt einkaufen. Und dann sagt unser fauler Typ, kannst du mir bitte Bananen und Äpfel und Kiwis mitbringen? Ja, das ist die Idee. Ja, das Ziel ist, dass wir dann Fahrten sparen und somit auch weniger CO2 ausstoßen. Ja, es gab dabei gewisse Probleme, nämlich einmal die Kommunikation mit dem Web-Server, dass nicht nur der Client sich das bei sich sieht, das haben wir leider auch noch nicht fixen können und das war einfach zu viel Arbeit. Und dann hatten wir auch noch Probleme mit dem Austausch der Speicherstände, das haben wir dann mit GitHub gelöst. Ja, und in der Zukunft wollen wir noch ein Motivationssystem einbauen und auch eine Datenbank und ein Login. Ja, ich würde sagen, wir kommen zur Live-Präsentation. Ja, hier kann man sich aussuchen, ob man entweder als Einkäufer oder als fauler Typ agieren möchte. Als Einkäufer, ja, cool, wenn man jetzt hier auf Send Message klickt, dann kommt hier unten bei unserem faulen Typen Friedrich kauft um 13.08 bei Fairmarkt ein und das sollte jetzt, wenn man jetzt an einem anderen Rechner ist, dann sollte er auch in der gleichen Sektion, sollte das bei einem dann genauso aussehen. Funktioniert leider noch nicht. Ja, dann sagt hier unser fauler Typ, in dem Fall Alexander, dass er gerne Bananen, Äpfel und Kiwi hätte und das wird dann da oben als Liste. Er scheint dann da oben als Liste. Danke, dass Sie noch zugehört haben.